Stefan, du spielst halt so, wie du deine Fanta-Korn-Mischung machst, ne? Oh, ups, ach, egal! Ja, der hat das HSV doch noch geschafft in Relegation, ne, gegen die Hertha. Als Gott Hertha BSC Berlin das erste Mal hat Fußballspielen gesehen, hat er bestimmt gedacht, komm, ist egal, übernimmt die Krankenkasse. Der arme Maggert, ey. Der sitzt bestimmt zu Hause, will in Ruhe frühstücken und findet einen Korkenzieher nicht. Das Mannschaftsfoto von Hertha BSC Berlin, das hängt beim Maggert bestimmt im Wohnzimmer neben den Jagdtrophäen. Weil Hertha war der größte Bock, den er jemals geschossen hat. Christian, einer von uns beiden, ne, ist klüger als du! Trainer sind wie Windeln, müssen regelmäßig gewechselt werden und der Grund ist derselbe. Die Kaderplagung von Dortmund ist für Bayern wie ein Geisterfahrer, ziemlich entgegenkommend. Sevilla zittert vor den Eintracht-Fans mehr wie Sylt vor dem 9-Euro-Ticket der Deutschen Bahn, ey. Kevin! Boah, der ist so hohl, der ist nicht mehr mit seiner Freundin zusammen und ernährt sich jetzt nur noch von Trennkost.